Wie betet man eigentlich? Das ist nicht die Frage von jemand, der gar nicht weiß, wie beten geht. Das ist die Frage von jemand, der gerne anders beten möchte. Das ist die Frage der Apostel, die gesehen haben, wie Jesus betet. Dass Jesus mit einer ganz anderen Intensität, mit einer ganz anderen Wärme, mit einer richtigen Intimität mit Gott sprechen kann. Dass Jesus mit Gott spricht und dass dann etwas passiert und danach sehnen sie sich. Jesus sagt okay, ich bringe euch das bei. Als erstes nicht beten wie die Heiden. Heiden beten ja auch. Das heidnische Gebet besteht darin, dass man Geschäfte macht. Dass man sagt Jesus, ich brauche das, was ich gerne hätte und wenn du mir das erfüllt hast, ist alles gut. Beten nach dem Sinn der Heiden ist Geschäfte machen ohne Beziehung. Wenn das Geschäft erledigt ist, bin ich bereit was dafür zu bezahlen. Kleines Opfer, Kerze, bisschen Zeit, bisschen Geld, aber keine Beziehung. So nicht, sagt Jesus. Wenn du betest, dann bete als erstes Papa, Abba. Denn du hast einen Vater im Himmel. Du bist sein Kind. Du existierst, weil er aus Liebe dich will. Er macht deine Geschichte. Er erzieht dich. Er kann dich überraschen. Kein Problem ist für ihn zu groß. Er hat unendliche Möglichkeiten. Du hast Gott als deinen Papa. Das ist die erste Grundhaltung, die du brauchst, um zu beten. Darum beginnt das Beten, das Jesus uns lehrt, mit der Anrede Papa, Abba, Vater unser im Himmel. Im Nachtgebet bete ich darum, dass wir dieses Grundvertrauen, diese Grundsicherheit haben. Ich habe einen Papa im Himmel und dass diese Grundsicherheit uns stark macht. 22 Uhr auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar.